ich bin hier wo ist denn ich muss ja also die ampel ich bin grün kreis doch keine ampel ist doch ein kreis jetzt ja schön aber nicht jetzt bleib du mal stehen genau jetzt stelle ich mich hier noch hin und drehe mich noch habe ich euch nicht drauf okay guck dir mal die kloppen an sie merkt schon das wird jetzt mein best hast du ja das war übrigens ich mit dem alarm nutzer info wo kommt denn jetzt der abwurf ich gucke man den himmel und sehen ich achte am flussufer okay einfach unnormal ich autos hier noch stehen endlich da einer mit alarm okay so probieren aber ist doch wieder falsch ich muss doch in die mitte gelb ist doch in der mitte ja genau ich bleibe einfach stehen ihr ordnet euch mal neben mir an so okay du stehst falsch nein andy kennt einfach ampel nicht kannst du überhaupt auto fahren ich versuche jetzt habe ich mich umgedreht warum drehst du den rücken zu moment so ne dreht euch mal ne jetzt ja dreht euch mal so jetzt kann man die geste machen warte ich habe meine neue geste warte jetzt zeig mal die geste wo ist denn da ist er jetzt genau auf drei genau auf drei genau auf drei und sonst keiner mehr sonst dann ist das vielleicht auch eine fake id wieder steht obwohl die würde ja keine raben auslösen ja warte mal nee nee das muss ja sein es gibt da so einen ganz blöden punkt da kannst du so drunter und dann siehst du die stimmt g-punkt ne ja der punkt macht was anderes den müsst ihr treffen aber ja ich habe noch eine handgranate ja mach ihn doch ja aber wo ist denn wo ist denn dieser g-punkt auf den ich meine handgranate werfen soll ja ich sehe ja er läuft hier lang jetzt am wasser das kann doch nicht wahr sein hat der ein glück ich habe jetzt zweimal getroffen dreimal man ja der stürzt einfach nicht das ist ja unglaublich der typ ich pick nochmal pfuh tschuldigung ich habe mich erschreckt der nächste ist hier bei drei jan ist ein wenig angespannt merkt man das hier ist einer ah der ist da oben so unnütz auf eins oder was ja und auf zwei ist auch einer die sind drin oder kann sein oh wurde angeschossen denn die sind auf jeden Fall ja ich bin ein bisschen bisschen arrogant habe ich mir den jetzt abgeholt gar nicht hingeschaut wie lange du am tag spielst ja das ist eine gute frage es gibt tatsächlich auch so tage das spiel ich manchmal gar keinen weg also also in der regel aber wenn ich dann doch schaffe täglich unterschiedlich so ich würde sagen zwischen ein und zwei stunden am tag natürlich auch so wochenende oder so jetzt oder mit euch zusammen wo ich dann jetzt spielen wir auch schon fast wie lange naja wir sind bei eineinhalb stunden geht ja da war noch ein auto hat sie den jahren das original looted hier noch die letzten autos und kontaktbomben kommt ja das wäre so ich kann sie einstellen kann sie einstecken rot gelb grün die ampel leuchtet kann doch nicht wahr sein liegt er hinter dem schornstein ja einmal erwischt aber das jetzt springt er runter erst runter das gibt es ja nicht wieso ist er denn da lebend runter gesprungen wie geht das denn die blaue kiste so machen also ich habe mich schon einmal gewundert wie die so schnell runter kommen ohne dass sie sterben ja echt krass ich wollte gerade autolooten nein nein ich wollte ihn wegpoken aber da war ja gar kein alarm dran also mal ganz ruhig bleiben ist noch was hier im behälter drinne ja ist noch was drinne geil ja das war doch auch ein zweier team oder jetzt fehlt ja von dem noch eh nur nein 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 sagst noch Er ist da irgendwo beim Behälter. Erwischt. Der kann drinschießen. Wo war er denn? Im Behälter. Hast du? Ja. Oh, Herzattacke. Pass auf, Jan, hier vorne im Wald. Hier vorne im Wald? Ich guck gerade. Ja, hier, hier, irgendwo. Ist gerade ihn da gelaufen. Okay. Hinten. Mein Wagen ist da. Ah, nein. Was ist denn los gerade? Ihn habe ich. Ich sehe niemanden, ehrlich gesagt. Okay, einen habe ich auch. Passen? Ja, ja, ja. Die Kontrolle. Wollen wir noch kurz warten, bis sich der wieder dreht? Ja, ja, macht Sinn. Was kann man in diesem Spiel mit Antrag Konsolen mitspielen? Also du meinst bei uns mal mitspielen, Marc? Antrag? Ich weiß nicht, er will einen Antrag schreiben, glaube ich. Habe ich doch auch gemacht. Man muss sorgfältig ausfüllen, unterschreiben und dann ab in die Schweiz damit. In doppelter Kopie. Ja, genau. Mit Sicherheitskopie. Mit Sicherheitskopie. Ausreichend frankiert. Einschreiben, ne? Ja, ausreichend frankiert und per Einschreiben. Ich muss mal meine Hüstenbonbons holen. Seht er sich wieder? Noch nicht. Was braucht er so lange? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hin und frage ihn. War er kaputt? Ja, er leuchtet rot. Man muss das Reparatur-Kit auspacken. Moment. Habe ich gemacht. Funktioniert wieder. Und? Sehr geil. Sorry Nadine. Aber hier sind zwei. Ja, okay. Und hier ist einer. Das war's. Okay. Dann gehen wir runter zum Behälter. Ab zum Behälter. Let's go. Ich lege mal los mit dem Container. Ja, ja, ja. Ich lege mal los mit dem Container. Ich lege mal los. Geht dafür extra oben ruf und dann denke ich so, okay. Ohne Scheiß. Ich dachte auch gerade. Ich dachte, wir schütteln jetzt scheiße. Gucken wir mal schnell hier oben noch rüber. Ich hatte ja noch einen Scanner bei Mucki. Ja, pink. Hier liegt noch eine VSS drinne, eine Vintores. Bei mir ist es gut. Ich hab mal Dienstwaffe. Ach ja, stimmt. Bist ja schon bedient. Das war ich. Mit dem Alarm. Warteneser. Kann man nicht, wenn man miteinander spielt, den anderen auch heilen irgendwie? Geht das nicht auch? Ja, kann man auch. Ja, kann man. Okay. Aber leider nie wiederbeleben. Ne, das geht leider nicht. Überleben stilltraktik. Okay. Heile mich mal. Andi. Gib mir mal ein Desinfektionsmittel. Pump mir mal was rein. Ich brauche es jetzt unbedingt. Oh, jetzt gehts. Oh, in den Rücken rein. Oh mein Gott. Ich muss hinten stehen. Ist ja rein dir wohl klar, ne? Das war ja mal eine Erfahrung. Dritte Runde 3000. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Oh, wie siehst du mich an? Das schaut mir mal an. Kannst du den Mucki ja schießen? Weil dann kann ich ihn looten. Nein. Dann haben wir jede was vom Glas. Wir sind doch versichert. Da hängt ja alles. In der Tonne ist Sprengstoff drin. Du musst nicht drauf schießen. Nein. Du Lügner. Ja. Es ist nichts drin. Nein, dann hast du mit Platzpatron. Oh, Telefon. Dafür haust du eine Versicherung raus. Ey, da ist immer noch was drin. Musst du zweimal jetzt so gerade. Ja, nächste Runde haue ich. Oh, hier ist er. Direkt hier, direkt hier. Oh, oh, oh. Oh ja, das bin ich. Ja, nein, ernst. Ich habe gesagt, ich telefoniere. Oh, ich kill den. Oh, Mann, ey. Was versucht, Misstraining und Filmmen? Ich habe aus Unitedалburg Wenn ich rein verloren. Entschuldige!